für ihren haushalt und auch für ihre schönheit und damals als james dyson sich total geärgert hat über seinen staubsauger hat es fünf jahre gedauert und ich habe es mir aufgeschrieben 5127 prototypen bis der erste zyklon staubsauger beutellos dann am markt war dyson ist immer ganz oben es ist immer premium qualität da steckt so viel know how dahinter die haben weit über 1000 ingenieure beschäftigt und sie profitieren jetzt von diesen tollen geräten und natürlich bei qvc auch noch von tollen preisen ganz kurz zeige ich ihnen eine vorschau und dann gehe ich zum björn brost wir haben einmal den v8 akku staubsauger für sie der den zeigen wir ihnen heute mit der 844 205 für 288 euro 99 zwei saugstufen maximale laufzeit haben wir unseren schönen luftreiniger dabei der luftreiniger der auch als ventilator ventilator zu nutzen und allerdings auch sie sehen unten drin zeigen wir aber gleich ausführlich den hepa filter haben natürlich auch noch die luftreinigung dabei und jetzt gehe ich hier zu meinem lieben björn dann ist das heute ihr tag der sie sparen 120 euro der ist sonst erheblich teurer und ich kann ihnen aus meiner erfahrung sagen der ist super ich würde mir den immer wieder kaufen weil der einfach beides kann heißt und wenn sie jetzt sagen mir ist das egal mit der luftreinigung es gibt auch einen ganz ganz toll nur ventilator von dyson ohne luftreinigung es gibt einen ventilator mit luftreinigung der aber nicht warm und kalt kann sondern nur kalt also es gibt viele möglichkeiten das ist der luxusliner der kann alles der kann ihnen die wohnung wärmen der kann ihnen die wohnung kühlen und er sorgt dafür dass ihre luftqualität perfekt ist und immer angenehm ist für alle die unter heuschnupfen leiden allergien hausstaub und 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 da würde ich natürlich sagen verzichten sie auf gar keinen fall auf die luftreinigung da können sie ja ja